So, jetzt, Kerle, was machen wir mit dem Ding? So, du, jetzt kommt eine rechte Besprechung, dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Aber ich verspreche nur ein Exhibit. So wird sie freier. Ich komme in zwei Wochen wieder. In zwei Wochen? Dann zeigen wir, wie du pinst die Linie. Wir kriegen es hin an. So, schweizt Abicastoms. Wir haben uns hier eingefunden in unserem Abicastoms-Konstruktionszimmer. So, Manfred, was ist deine Idee? Ja, ich mache eine rechte Lack drauf, eine schöne Farbe, was weibliches. Und da passt das. Jawohl, Manfred. Das ist gut, eine weibliche Lackzelle muss drauf. Ja, ja. Du, Josef, sagst du mal, was will ich machen? Ich mache eine rechte Erkundische drauf, damit sie eine Weiber im Sommerkopf machen kann. So, gut, Josef, eine Erkundische. Selle ist schon eine gute Idee. Da können sie in Weib echt einen guten Koffi machen. Das ist echt gut, ja, ja. So, jetzt, Otto. Jetzt sagst du mir doch mal. Was will ich du machen? So, Jawohl. Lass doch mal nicht. Wir machen jetzt mal eine zweite Rolle aus. Und dann kommt das zum Schleife an. Und das ist gut. Gut, Otto. Selle ist schon eine rechte Idee. Schleife und Zusammenfliege, das ist genau dein Milieu. Jungs, und ich kümmere mich um die Technik und Kommunikation. Ich würde mal sagen, jetzt hätten wir unser bestes Gang überruft. Let's go zum Werk. Gut. Packen wir uns. Komm ich. hoch Die細ife und zwar im Moment. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Are you ready? Untertitelung des ZDF, 2020 Perfekt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020